Ohne Taschenrechner z ausrechnen, das klappt. Ich mache diese zwei Beispiele. Also, Definition des Logarithmus 0,5 hoch z gleich 8. Jetzt noch ein bisschen spielen. 0,5, das ist ja 1,5 und das ist 2 hoch minus 1. Das ist diese Regel mit dem x hoch minus 1. Und deswegen kann ich das schreiben, also 2 hoch minus 1 hoch z ist 8. Also, 2 hoch minus z. 2 hoch minus z, das ist die Malregel. Und 8 ist ja, 8 ist doch 2 mal 2 mal 2, also 2 hoch 3. Und deswegen weiß ich minus z gleich 3. Und damit ist z gleich minus 3. Also, hier mal minus 1 machen, dann klappt der letzte Schritt. Und was sind die Schwierigkeiten? Ja, so dieses Ahnen, dass dieses 0,5, dass ich das als 2 hoch minus 1 schreiben kann. Nächstes. Der ist schon so ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Also, ich habe hier x hoch 1,5. Das ist also x hoch 3,5 ist Wurzel 8. Das ist 8 hoch 1,5. Und jetzt schreibe ich dieses, also dieses x hoch 3,5, das schreibe ich mal anders als x hoch 3 in Klammern hoch 1,5. Weil hier habe ich die Malregel, ja? 3 mal 1,5 ist 3,5. Und dieses 8 hoch 1,5, das kann ich schreiben, 8 ist ja 2 mal 2 mal 2. Also, 2 hoch 3 in Klammern hoch 1,5. Ja, und jetzt sehe ich, x ist 2. Ja, so. Also, x gleich 2. Wenn man sich denkt, da wäre ich nie drauf gekommen, ja, ist schon ein bisschen so verzwickt. Aber man sollte sehen, 8 ist 2 hoch 3. Also, das sollte man einfach sehen. Und dass man die Wurzel schreiben kann als hoch 1,5, das sollte man auch sehen. Und dass man von dem 1,5 auf dieses da kommt, ja, vielleicht kommt man nicht immer drauf. Aber man sollte mal, man sollte es zumindest eben beim Nachvollziehen, sollte man es verstehen.